Herzlich Willkommen zum neuen Video ich bin zwar wieder euer Ultionslord ich hoffe ihr könnt mich gut hören ich mach mal den Sound leiser und ja leute heute spiel ich mal das ja Eigentlich leute ich sag ich euch ehrlich war ich sehr stolz das spiel gar nicht mehr gespielt zu haben seit zwei drei jahren oder vier jahren ich glaub zwei jahre oder so das spiel fand ich einfach nur komisch und langweilig und so für babys dachte ich aber jetzt leute Ich liebe dieses spiel nein spaß ich sag euch ganz ehrlich warum ich dieses spiel spiele Natürlich für geld ja für fame weil ich habe gesehen dieses geld dieses spiel ist gerade so fame und berühmt also sehr beliebt dieses spiel zu spielen Das spaß nein leute ich liebe dieses spiel natürlich ja müssen gut motiviert sein ich liebe die spiel natürlich sehr mehr als ford oder minecraft oder gt ja natürlich ist keine lüge Nein Ich spiele es nicht für fame nein Spaß Leute natürlich spiele ich es für fame was denkt ihr denn und ja leute ich bin so lost Hier mein name Profilbild ändern geht gar nicht können und sowas nehmen weil Guck mal das finde ich cool aber ich habe gar nichts hier freigeschaltet ja ich habe heute noch gar keine runde gespielt also ich habe wie gesagt lange nicht mehr gespielt Also ein club oder clan herstellen nur gegen diese erste anfangsrunde und die anfangsrunde gegen box habe ich gespielt und wo gibt es ja eigentlich ein job ja Ich weiß nicht ob ich für die spiel geld ausgeben sollte besser nicht aber Wo gibt es einen job und warte mal hier ist battle pass oder warum gibt es in den battle pass Den gleichen skin wie in fortnite warte mal wo ist der egal ich sehe den gerade nicht ich spiele jetzt mal eine runde leute Ah ja genau den hier den mann ich guck mal wie teuer der ist Schon teuer ist einfach dieser Cerberus aus fortnite gefühlt dieser Hund da der hundesonnen ja leute auf jeden fall wir spielen jetzt mal oder dieser wolf erge Wir spielen jetzt mal eine runde und Und let's go leute lasst gerne ein like und abo da bis gleich in der runde Ja zehn spieler sind hier nur drin Es ist auch cooles bild hier leute ja jetzt so ok Hier brau ja jetzt mal keine box ok Was ist das denn für einer? Ist denn gerne gespielt vor drei vier jahren aber ich dachte das wäre volles babyspielen aber leute Komm mal wenn lucas bs damit zwei millionen gemacht hat ja Macht 50k umsatz oder so an einem monat oder im tag gefühlt ja du kannst bs checkt den gerne ab leute der wenn der Ein bräser zwei millionen macht er könnte auch ein bisschen was mit Proisters reißen oder leute ok der macht auch andere videos und ich auch aber trotzdem Hier brawler kann man den kaufen eigentlich jetzt gibt es sogar hier Brawler Brawler ja Ahnung das heißt ja also hier kann man jetzt eine coole sachen auf jeden fall sich holen also ja und hier gibt es den job Gucken wir auch mal an Hallo job Ja becker pass überteuert was steht hier verknüpfe dein spiel mit einem super Cell id sichere Keine ahnung wie das geht und schon noch mal probieren leute Regen skin finde ich eigentlich ganz cool Leon Ja Skin Mechaleon finde ich auch cool achso den kann man nur mit V-Bucks kaufen Ne keine Ahnung wie äh Juwelen oder wie die Dinger hier heißen Gratis Emote holen wir uns mal ab leute Let's go Nice Und jetzt kann man hier Credits kaufen, keiner weiß was damit machen kann Ich glaube das ist nur ein Skin und das ist ein Brawler oder? Ich weiß selber nicht kriegt man da den nur den Skin oder auch den Dings ist ich gar keine Ahnung leute holen wir uns mal die Dinger hier kostenlos ab Jeden Tag 100 glaube ich cool Was das bringt keine Ahnung leute Ey habe ich der Nita? Ja der Nita war immer ein ganz cooler Skin eigentlich Ah gar nicht mal so teuer oder? Geht leute Ich glaube der ist schon teuer Ja der Nita war das weiß ich noch der Nita hatte ich früher immer mal gespielt der war eigentlich ganz korrekt Okay ey schon teuer leute also geht so Ja doch 100 Euro für 20 Für 2.000 D-Bucks Ja Juwelen keine Ahnung wie das heißt sollte sorry Warte mal 600 ja Gibt man den Brawler und den Skin Das hoffe ich mal Das heißt Es kostet ungefähr Warte mal 600 Natürlich das kostet dann ungefähr 50 Euro Was? Oha wie teuer leute Sehr teurer als im Roblox Ja Roblox gefühlt das teuerste Spiel Digga es ist einfach teurer als Ding Als wie heißt das Das gefühl teurer als Ey ich weiß nicht wie das heißt ähm Fortnite oh mein Gott bin ich lost Okay was gibt es hier alles für Prawler gucken wir mal an Chelli oder Chelli der Nita Ja der ist cool den würde ich mir sogar mal holen Der kostet nur elf Dinger Jovian Colt habe ich auch mal gespielt Bull kenne ich gar nicht mehr Doch ich glaube ich kenne viele noch aber habe alle nicht gespielt Den habe ich auch mal gespielt diesen Boxer Den auch Poco Poco Rosa Kenne ich auch nicht Jesse Dynamite Mike Keine Ahnung wie das ausgesprochen wird Tick Könnte sein dass ich den auch kenne Ja glaube schon den kenne ich auch noch Ähm Rico weiß ich gerade gar nicht mehr Ja den kann ich glaube ich auch mal Aber hatte ich alle noch nie gespielt Also welche ich halt mal gespielt habe ist der Nita Colt Den hier Den hier weiß ich nicht Also den hier Den hier Ich glaube rosa auch Aber Leute die meisten hier kenne ich gefühlt gar nicht mehr Hier kenne ich gar nicht mehr Jackie Kenne ich glaube ich noch Goose Kenne ich nicht Bo Weiß ich gerade nicht Könnte ich Ja doch ich glaube den kenne ich sogar noch Der ist eigentlich ganz cool Ähm Ams Könnte sein Stu Kenne ich nicht Pieper Oder Piper Kenne ich habe ich sogar glaube ich mal gespielt Frank Oder Frank Bibi Bea Bea Nani Ja den kenne ich sogar Ich glaube den hatte ich sogar mal Edgar Assassinen Griff Ah hier stehen auch immer diese Dinger dazu oder was Bonnie Bonnie Ne kenne ich überhaupt nicht mehr Chixxin Geile Control Kenne ich glaube ich noch Leute Colette Toilette Keine Ahnung wie das ausgesprochen wird Bälle Oder Bail Esch Keine Ahnung ob ich den noch kenne ich kenne nur Esch von Pokemon Leute Ähm Sam Kenne ich auch nicht mehr Mandy auch nicht Ja den auch nicht Diese Maisy Oder wie der heißt Hank Kenne ich gar nicht mehr Ey was cool Einfach so ein Pufferfisch Also so ein Ding Wie heißt das auf Deutsch Kugelfisch Lol Ja der ist cool das kostet der den würde ich mir sogar mal holen glaube ich Peel Larry sagt mal Leute soll ich echt noch mehr Prolester Videos machen oder mehr Minecraft, Fortnite, GTA, Roblox Vielleicht mal Roblox schreibt es mal gerne in die Kommentare Ob ihr überhaupt Fortnite sehen wollt Äh Ding wie heißt das Prolester Morix Haare natürlich werde ich es so machen Wie halt natürlich Was ihr alles am meisten wollt So demokratisch wird das abgestimmt ne Natürlich was ich selber will Ah der ist auch cool Max oder Max Ja der ist echt cool Mütig Ok Mr. P Ey der ist süß Der ist cool Der ist auch cool Wie Wie wrong Unterstützer Squeak Kontrolle Oh der ist cool Leute Ja wie teuer sind die Rough Was weiß ich mal Kann man hier nicht so Dinger ziehen Aber der ist cool Der erste Scene Hier ist der Bus Buzz Eve Oh der ist auch lustig Leute Cool Also ich gucke ihn mir nochmal genauer an Leute Boah Schüß Einfach von so einem Engel gefühlt Oder was das ist Vom Flaschengeist So irgendein Monster gefühlt Janett Oh der ist cool Leute Ok Was Otis Der ist auch cool Also ein Brawler kostet Ungefähr so 20 Euro oder was Nice Ist so teuer oder Kann nicht sein Kray Kenn ich auch nicht Ert Willow Oh der ist auch cool Dork Also kosten alle mythischen 300 fast Also 349 Warum nicht 350 Warum 300 Naja ok Keine Ahnung Check ich nicht Miko Ey der ist richtig cool Den könnte ich mir sogar holen Ähm Melodie Auch cooler Skin Spike Damage Dealer Na ja warum nicht Drogen Dealer So sieht der aus Speak oder Spike Ey der ist sogar im Angebot Cool Leute legendär Grove Den kenn ich auch noch Assassin Geil Leon Ja der ist auch cool Sandy Ja den kenn ich noch Amber Weiß ich nicht Ok Ja Chester Kit Leute der ist cool den würde ich mir holen Ja Leute auf jeden Fall Gucken jetzt nochmal was kostet das nochmal Also Gucken jetzt mal Also Alter Das heißt ungefähr ein Brawler Kann man sagen kostet 20 Euro Das ist wirklich viel zu teuer Leute Digga Kann doch nicht wahr sein wie teuer sind die Kann man die so Juwelen auch anders falsch halten Weil das ist echt Sehr teuer Na gut außer Dings Außer der Nita Kostet natürlich fast gar nichts Ja halt 2 Euro oder so Oder was kostet der Mann Ja oder kann man die auch so Kann man die auch so freischalten Weil das wäre ja dann Gar nicht so teuer Ahja man kann die sogar freischalten Kann man da auch ein Video gucken Oder muss man Geld bezahlen Leute ich check's dann mal im nächsten Video für euch aus auf jeden Fall Ok Leute dann würde ich sagen das war's mit diesem Video Lasst gerne ein fetten Like und ein Abo da Ich küsse euer Herz Ich hoffe euch hat das Video gefallen Schön auf 10 Minuten 8 Minuten gestreckt Und Leute das war's auf jeden Fall Haut rein Ciao